Neun Jahre Leiden. Neun Jahre tägliche Bombenangriffe. Ein Land, das weiter unter dem Krieg leidet. Eine der schlimmsten humanitären Krisen. Die meisten Flüchtlingslager sind voll und zahlreiche Familien haben nicht einmal ein Zelt zum Schlafen. Die Flüchtlinge benötigen Unterkünfte, Lebensmittel, medizinische Versorgung und Artikel des täglichen Bedarfs. Bleiben wir an der Seite der syrischen Flüchtlinge und all den Opfern des verheerenden Krieges. Unterstützen wir diese Millionen von Menschen und bieten wir ihnen in diesem Ramadan eine kleine Atempause. Ihre Spende rettet Leben. Anderen zu helfen tut uns selber gut. Musik 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 Musik